Auf geht's! Lass die Ruderer kurz ausrufen! Mehr Ruder! Bereit fürs Anbau! Ah, Delos und Mykonos. Zwei Seiten derselben Münze. Delos, der heilige Geburtsort von Artemis und Apollon. Und Mykonos, wo die Leute alles tun, was auf Delos verbunden ist. Lies es mir noch einmal vor. Söldner mit dem Adler! Das bist du! Podarkes, der grausame Herrscher von Delos, stiehlt das Geld aus unseren Taschen und das Essen aus unseren Mündern. Und all das für seine uner... unersetzt... Unersättliche. Ja, seine unersättliche Macht dir! Podarkes gehört zu ihm, Barnabas. Zu denen, die meine Familie verfolgen. Lies weiter. Wir sind eine kleine, schlagkräftige Rebellengruppe, die dich gut bezahlt, wenn du uns hilfst, unseren Unterdrücker zu stürzen. Ich bete, dass der Wind dich schnell zu unserer Küste führen wird, Söldner. Unser Volk leidet, unterzeichnet mit Kyra. Ich hole mir Podarkes Kopf. Die Rebellen werden mich zu ihm führen. Dies sind so schöne Inseln, Alexios. Besuche wenigstens das Heiligtum des Apollon, bevor du Köpfe rollen lässt. Steht da, wo die Sekyra ist? Zwei Orte sind markiert. Ein Lager an der Nordwestküste und ein Versteck, das aussieht, als wäre es unterhalb der Stadt. Ich sollte erstmal die Sekyra treffen. Ich halte das Schiff bereit, falls wir wieder überstürzt abreißen müssen. Ach, das war Kephalenia. Und es war vor allem deine Schuld. Haha! Schere, Alexios! Schere, Barnabas. Einer fancy Handschuhe haben wir da. So, wollen wir die kleine Insel hier unsicher machen. Die auf jeden Fall wieder richtig schön aussieht. Da ist das Rebellen versteckt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich suche nach einer Frau namens Kyra. Ich habe ein Hilfe-Gesuch von euch erhalten. Verfehlt. Willst du spionieren? Athena? Vielleicht bist du auch Athena persönlich. Was ist das? 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 Das ist die erste Nacht, in der wir nicht um unser Überleben kämpfen. Und das könnte die letzte sein. Und plötzlich haust du hier auf. Deswegen bin ich hier. Das ist dein Zeichen, oder? Du bist der Söldner mit dem Adler des Zeus. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Äh... Äh... Ach... Hier liegt nichts. Also kommen hier einfach normale Leute rein. Anscheinend. In die Höhle. Okay. Hat Sparta auf deine Nachricht reagiert? Kurz vor dir sind ein Polemarch namens Taletas und eine Handvoll Spartiaten auf Mykonos gelandet. Und wir sind auf dem Weg zu ihrem Lager, nicht wahr? Taletas braucht unsere Hilfe, auch wenn er es nie zugebe. Was ist das? Du da, Söndling, helf an meiner Seite! Ha! Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, da kommt das Blut in Wallen. Ich sollte mit... Ah, gut gekämpft, Kyra. Du auch? Spartiat? Das war ich, aber das ist schon lange her. Einmal Sparta, immer Sparta-Fremder. Wie heißt du? Das ist Alexios. Ich habe dir von ihm erzählt. Man nennt mich Taletas. Ich war der Polemarch der Spartaner hier. War? Unsere Schiffe wurden versenkt, die Feldherren getötet. Nur ich und zwölf andere sind noch übrig. Soldaten sterben, dafür sind sie da. Und wir werden später um sie trauern. Sie hat recht. Wir sollten hier nicht herumstehen, getränkt in Athena-Blut. Im Versteck sind wir sicher. Lasst uns dort reden. Kommst du jetzt mit zum Versteck oder triffst du uns später dort? Vergeuden wir keine Zeit. Wir gehen jetzt zum Versteck. Wie lange bis Podarkus uns findet. Wir sind direkt vor seiner Nase. Er trägt seine Nase so hoch, er würde die Statue der Artemis Akrotera nicht finden, wenn er auf ihr stehen würde. Wir wissen, wo er lebt. Ich sage, wir treten die Tür ein und rammen ihm unsere Sperre ins Gesicht. Das ist ein lausiger Plan. Die spartanische Phalanx ist im Kampf ein Land unüberwindbar. Nicht, wenn ihr nur zwölf Mann seid. Du denkst mit deinem Herzen. Das mag ich so an dir. Aber du bist jetzt der Befehlshaber dieser Männer. Du musst mit dem Kopf denken. Ihr versteckt euch nur in Höhlen und lauert im Schatten. Wir kamen nicht, um uns zu verstecken. Wir sind hier, um zu kämpfen. Und das werden wir. Doch wir sind in der Unterzahl. Wir müssen strategisch vorgehen. Alexios, was glaubst du, was wir tun sollten? Mir gefällt, wie der Spartaner denkt. Aber wir haben nicht genug Schwerter für einen offenen Angriff. Was schlägst du vor? Als ich eintraf, sei spartanische Schiffe. Können wir ihnen eine Nachricht senden? Nicht, solange die Athener die Inseln umkreisen. Wir brauchen sie als Verstärkung. Ich holte euch beide her, um der Rebellion zu helfen. Nicht, um noch mehr Menschen in den Tod zu schicken. Kyra, warte. Während ihr eure Schwertlängen vergleicht, gehe ich zum Tempel der Artemis und schmiede einen echten Plan. Sie ist streitlustig. Gefällt mir. Ich gehe ins Lager zu meinen Männern. Triff mich dort und wir reden über die Verstärkung. Chere. Das wird eine lange Rebellion werden. Jupp. Da hast du recht. Du wettelst ja förmlich darum. Ich gehe ins Lager zu anderen. Und das ist ... Ich gehe ins Lager. Ich gehe ins Lager. Ich gehe ins Lager. Ich gehe ins Lager. ich habe in der hülle die beherrschung verloren tut mir leid erst wirfst du ein messer auf mich dann stürmst du raus fast hätte ich es persönlich genommen ich weiß ich weiß ich fühle mich auch schlecht du kommst von weit her und ich bin so grausam zu dir tja du warst nicht die erste und ganz bestimmt wirst du nicht die letzte gewesen sein wir delia sind ein nettes volk oder wir waren es zumindest vor ihm dieser mann jagt mich schon mein ganzes leben und warum lebt er dann immer noch warum er lebt warum er lebt ich wollte ihn töten seit ich alt genug war einen bogen zu spannen aber er versteckt sich hinter zahllosen schild und ich komme nicht näher heran ohne das unschuldige sterben und deshalb habe ich dich rufen lassen damit du mich nahe genug heranbringst um einen pfeil in sein schwarzes herz zu schießen dann lass uns diesen jäger zum gejagten machen und was machen wir mit seinen wachen soldaten brauchen zwei dinge ein schwert in der hand und essen im bauch nimm ihnen beides und das problem ist gelöst die kundschaften haben berichtet dass podarkes vorräte und waffen in den ruinen auf delos gelagert werden ich gehe nach delos finde die lager und werde sie zerstören was soll das geflüstert wenn die soldaten uns hören bringen sie mich um du bist der söldner der für kürer und die rebellen arbeitet ja das bin ich ja das bist du viele flüstern von deinen taten seltener viel geflüster und viele geheimnisse über das rebellen mädchen wenn du etwas weißt dann spuck es aus die soldaten mich sehen dann töten sie mich bei apollon sie haben es bereits versucht da ist ein haus am marktplatz schon lange mit brettern vernagelt schleiche dich hinein dann reden wir ich sollte das haus suchen und rausfinden was die bettler mir sagen fuck hier ist eine nachricht einer von podarkes ihr hat die frau bezahlt damit sie schweigt aber worüber jetzt kriege ich dich podarkes blutige fußspuren von einem kind das muss ich in der truhe versteckt haben diese frau wurde ermordet und würdelos im freien liegen gelassen eine athena speerspitze steckt zwischen den rippen hüllt seine puppen eine mutter mit kind in eine ist ein m angeritzt in die andere ein k hier gibt es nichts mehr zu finden ich muss mit dieser komischen frau sprechen und was hat der södner gefunden eine leiche eine frau getötet durch einen athena speer ist das alles dort lag auch ein brief von podarkes er drohte beide zu töten wenn sie ihr schweigen bricht beide warum ein kind töten die puppen sie tragen die buchstaben k und m m steht für martha du hast gefragt für wen ich arbeite die kleine puppe mit dem k ich habe kopfschmerzen von dem staub da drin sagt mir einfach und du bist du hast hoffnung für die rebellion die götter stehen uns bei wenn das kind von podarkes ist und kürer das kind ist dann bedeutet das unglaublich podarkes ist kürers pater söldner ihr pater natürlich du bist nicht sehr helle was söldner kürer muss es erfahren sie würde dir nie glauben niemals ihr ganzes leben lang jagt sie den mann der athena schickt um ihre mater vor ihren augen zu töten doch kürer haben die gotter verschont sie konnte fliehen kürer muss erfahren dass podarkes ihr vater ist aber ich sage es ihr erst wenn ich es beweisen kann die frau kam eines nachts zu podarkes haus und bat mich ihm eine puppe zu geben die kürer für ihn gemacht hatte wenn podarkes sie hatte hat er sie vielleicht immer noch das können nur die götter wissen ich finde diese puppe jetzt weiß der söldner für wen er arbeitet da ist wo podarkes die puppe in seinem haus versteckt hat werde ich sie finden da ist die puppe dieser ort wird schwer bewacht ich muss vorsichtig sein hier freut sich keiner mich zu sehen hier freut sich keiner mich zu sehen da war er kürer kürer Ah komm Oh fuck Warum blockst du nicht? Alter, 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 alter Entspann dich Oh fuck Oh fuck Oh Yeah Was Autsch Oh, nice Oh, nice Kürer das die ganze Zeit gewusst hat? Die Rebellen verdienen auch da 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 Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja. 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 Ist das nicht wunderschön? Ist es. Und jetzt zeig mir, wie du schießen kannst. Exzellenter Schuss! Exzellenter Schuss! Meine Leute werden satt und die Götter bekommen ihr Opfer. Nur dank dir. Du bist eine gute Jägerin. Warum wolltest du, dass ich mitkomme? Sei nicht naiv. Da ist etwas zwischen uns, auch wenn ich weiß, dass ich nicht darauf eingehen sollte. Weil du Taletas liebst. Zumindest dachte ich das, bis du hier eintrafst. Bei der Jagd kommt mein Geist zur Ruhe. Und ich kann über unsere Gespräche nachdenken. Und ist das gut? Ich kenne einen Ort, unten am Wasser. Dort ist es ruhig. Wir wären allein. Was hältst du davon? Ich gehöre dir. Die Delia leiden schon so lange. Das ist das erste Mal, dass ich glücklich bin, seit der Klub begonnen hat. Nimm dieses Gefühl mit zu deinem Volk. Diese Inseln verdienen Frieden. Und du auch. Und was ist mit dir, wenn das alles vorbei ist? Ein paar fähige Hände können wir immer gebrauchen. Vielleicht werde ich einmal sesshaft. Doch noch ist meine Reise nicht zu Ende. Ich traue dir so einiges zu. Aber sesshaft werden? Ich weiß ja nicht. Forderst du mich heraus? Hör auf, dein Ge- Nein. Also, der Pirat hält mir eine Klinge an den Hals und eine an den Bauch. Und er fragt, wie willst du sterben, Seltner? Schnell oder langsam? Meine Güte. Wie ging es weiter? Er war so auf mich fixiert, dass er meinen Speer in seinem Bein überhaupt nicht bemerkte. Er war tot, bevor er auch nur wusste, wie ihm geschah. Bitte was? Das hat meine Martha mir beigebracht. Warum fällt es mir so leicht, mit dir zu reden? Weil sich unsere Leben so ähneln und wir Ähnliches erlebt haben. Auch wenn wir so weit voneinander entfernt aufwuchsen. Ich will dich, Alexios. Hier. Jetzt. Unter den Sternen. Ich will dich, seit ich dich zum ersten Mal sah. Ich will dich, seit ich dich zum ersten Mal sah. Und du bist mein Lieblingssöldner. Traletas darf davon nichts erfahren. Allerdings. Irgendwann vielleicht. Doch im Moment muss er sich auf die Rebellion konzentrieren. So wie wir. Aber zuerst? du hast dich vom Kiel contestiert. Du hast dich gehört, weil ich da nicht auf jeden Fall fertig bin. Du bist so weit. Du bist so weit. Du bist so weit. Und du bist so weit. Geht das kein Geist. Du bist so weit. Untertitelung des ZDF, 2020